In diesem Video geht es rund um die Vivi Comics App. Wie kaufst du ein Comic? Was ist der Unterschied zwischen nicht limitierter Edition und limitierter Edition? Das und noch sehr viel mehr zur Vivi Comics App jetzt in diesem Video. Starten würde ich sagen an dieser Stelle tun wir natürlich erstmal auf der Comic App selber und dafür geben wir natürlich hier die Adresse ein, vivi.me.comics und sind jetzt nun hier auf dieser Seite und hier haben wir die Möglichkeit dann zum Beispiel nach Best Sellers Comics zu suchen. Wir können uns anschauen was sind diese Woche an neuen Comics rausgekommen sowie auch zum Beispiel die Trending Comics aktuell. Und wir können jetzt natürlich auch sagen okay ich möchte mir zum Beispiel dieses Comic hier Amazing Spider-Man Hashtag 48 kaufen und wir können jetzt einfach mal hier drauf klicken oder es direkt hier zur Karte hinzufügen. Wir gehen jetzt aber einfach mal hier drauf und jetzt haben wir hier die Möglichkeit das Comic so zu kaufen oder eine Limited Edition zu kaufen und vielleicht hier eine kurze Erläuterung wo der Unterschied zwischen der Comic Version und der Limited Edition Comic Version liegt. Die Comic Version ist ein Nicht-NFT beziehungsweise einfach eine Möglichkeit das Comic so zu lesen und die Limited Edition ist ein NFT was mit Stückzahl sozusagen begrenzt ist. Da in diesem Fall gibt es jetzt zum Beispiel nur 1000 Editions und dementsprechend ist das Ganze halt begrenzt. So und der Unterschied hier auch nochmal liegt darin du hast hier beim normalen Comic das normale Cover. Bei der Limited Edition hast du aber wiederum die Möglichkeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch ein Variant Cover zu bekommen. Wir haben jetzt in diesem Fall hier vier Variants die Common, Uncommon, Ultra Rare und auch Secret Rare. Das variiert immer von Comic zu Comic auch welche Cover dann natürlich sind und wie viele und welche Raritäten da auch vertreten sind. In diesem Fall haben wir jetzt hier nun diese vier Cover. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit 1 zu 28,79, dass wir eine Secret Rare ziehen. Ja und wir haben natürlich hier einen preislichen Unterschied. Das coole aber tatsächlich auch hier ist bei der Limited Edition, selbst wenn ihr das Comic verkauft, habt ihr in den meisten Fällen die Möglichkeit hier auch das Comic weiterhin im Comic Store zu lesen beziehungsweise in der Vivi Comic Reader App. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Option, denn man hat danach trotz dessen, obwohl man es schon verkauft hat, eigentlich immer noch die Möglichkeit das Ganze dann zu lesen. Und das finde ich ist ein sehr großer Vorteil. Deswegen, ich möchte zum Beispiel jetzt in diesem Fall hier die Limited Edition kaufen. Es ist vom Prozess her genau gleich, ob ihr jetzt ein Comic oder die Limited Edition kauft. Wir wollen in diesem Fall jetzt die Limited Edition kaufen und adden das zu unserer Karte hinzu. Wir müssen uns natürlich aber davor erstmal anmelden und das werde ich jetzt mal kurz machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun sind wir hier eingeloggt. Wir müssen natürlich nochmal ganz kurz hier einmal auf die Limited Edition drauf, adden das zur Karte hinzu und haben das nun hier oben in unserem Einkaufswagen. Und hier klicke ich jetzt einmal drauf und wir sehen jetzt auch schon, das Ganze ist jetzt zur Karte geaddet. Wir müssen jetzt hier drüben einmal I have read and understand the buff things anklicken. Wir gehen auf Go to Checkout und müssen dann eigentlich nur noch hier unsere Payment Sachen eingeben. Also Kartenummer, in diesem Fall Visa, Mastercard oder American Express. Das Ganze hier immer mit einem Procession Fee von 40 Cent Dollar. Und genau, das war es eigentlich auch schon mit dem gesamten Prozess, wie ihr das Ganze kauft, wie ihr das Ganze lest. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ihr könnt nämlich die Comics auf 2er Blade Wegen auch lesen, denn wir haben einmal natürlich die Vivi App, wo ihr das Ganze lesen könnt und wo ihr auch die Comics dann verkaufen könnt. Wenn ihr eine Limited Edition gekauft habt, wollt ihr aber wirklich das Ganze ein bisschen in einem schöneren Format haben, dann empfehle ich euch die Vivi Comic Reader App. Diese ist ganz speziell für die Comics gemacht worden und darin habt ihr im Prinzip die Möglichkeit, all eure Comics zu lesen. Ich werde das einmal ganz kurz hier einblenden, wie das Ganze dann aussieht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet und sollte euch eine sehr gute Möglichkeit geben, wo immer ihr auch seid, auf jeden Fall eure Comics gut zu lesen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch downloaden, dass ihr auch offline die Comics lesen könnt. Finde ich auch hier eine sehr gute und auch coole Funktion. Das waren die wichtigsten Dinge zur Vivi Comics App. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen und auf jeden Fall schreib mir gerne unten in die Kommentare, welches Comic du hier schon gelesen hast in der Vivi Comic App und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.